Du würdest sowas natürlich nicht machen, Lars. Nein, ich möchte nicht. Und danach wirst du richtig bau bau bau. Nein, okay, man darf ja kein Spaß machen, danach... WTF? Oh, nee, nicht Speedball. Der Erzfeind. Oh nein. Oh nein. Nein. Die Lübert ist links gegangen. Das sind auch noch deutsche Schwitzer. Ich habe nichts zu sagen. Und konzentriert euch auf die nächste Rolle. Ey, das sind so die deutschen Schwitzer. Ja. Ja. Schau, ich habe zwei Hände. Okay. Ja, ja, ja. Boah, Digga. Den hab ich so weggelasert, Alter. Digga. Klack, klack, klack. Einfach rein in den Reih. Oh. Misses. Nice. Digga. Nein, nein, der rennt da hinten. Als ob. Ich war doch drauf. Seine Fresse war doch in meiner Kimme. Ja. Ah, ich hab 420 Schaden. Ich denke, ich bin so wegg. Ey, wechsel doch. Äh, blauer Container bei uns. Wir haben die Runde gewonnen. Digga, er hat einfach die 5 Schütze geschluckt, Alter. Vorwärts. Oh, nein. Oh, nein. Weg, 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 weg. Oh, nein. Oh, rechte Seite hat noch Hit. Oh, Kuss, Jungs. Oh, hier wird richtig reingesweated, Alter. Der Ralle. Ich habe richtig Angst, dass mir jetzt einfach so ein Header gibt, so. Jackets geht auf die Jagd. was ja das habe ich ja nicht gecheckt er war einfach full stand und er bewegt sich einfach trotzdem auch so weit das ist auf dem kopf drauf und die waffe denkt so nö auch jonas einschuss hätte gereicht ich sag's euch wir verlieren das jetzt noch die runde geht an uns das war so asozial gespielt aber es musste sein jungs bitte konzentration einer links der links bekommt das nade von mir er will so in den container rein rennt aber er guckt erst mal nach oben weil er mich sieht und dann jonas rotz den einfach aufs leben oh jungs nice gg schreibt auch gg in chat mann seid höflich boah kurse jungs ja aber schon zu spät dann ja digga easy gewonnen na